Pass vor, dann fahre ich hinter dir. Ey, jetzt Schlachtfeld, ey! Soll ich hier, dann fahre ich hinter dir. da ging es ja bergauf das war die schwarze oder? keine ahnung hier geht es rot und hier schwarz hallo hallo das war schon schwarz oder? ich glaube das war die schwarze ja aber hier könnte auch noch mal was runter also hier geht es rot runter und da fahren wir die schwarze weiter ja vom jahrs ja ich glaube jetzt gerade das wartenschwarze oder? wir können später immer noch ja teilweise scheiße wenn wir nicht dampfen oh shit hey war hier Atelierfeuer oder was? oh shit ja das war die sign So, nö, nö, nö! So möchtest du sein! Jawoll! Was, wenn die Blomben fliegen? Wenn das jetzt rot war, dann will ich mir die schwarze machen. Die schwarze ging dann rechts eigentlich. Aber nur so ein paar andere Stellen, man. So muss es sein, nö? Der Katz sieht das aber länger aus, oder?